hey leute willkommen zu der nächsten folge von rocket league natürlich mal wieder zusammen mit dem flo hallo hallo was war jetzt vergessen ich hab nur so gehört zur scheisse junge alles easy alles für kamikaze aua alles gt haben played ich habe ewig nicht mehr gespielt fällt mir gerade auf naja ich weiß das weiß ich tatsächlich aber dafür bin ich ja ein profi und du bist du bist allgemein ja ein profi also du kannst gar nichts falsch machen weil letztens sondern kann ja kein rocket leago sondern city car driving genau genau und wer es noch nicht gesehen hat vorbeischauen es hat tatsächlich schon vergleichsweise viele aufrufe haben tatsächlich viele leute gesehen vergleichsweise und dachten so ja das war das bei 60 aufrufen der einzige kommentar machen wir rocket league hat mich motiviert mehr rocket league zu machen das war ein schickes toll mein freund das ist ja auch so gefällt wo er erzählt hat so kommentar machen wir doch ich bin rocket league finde ich ja auch mega mega cool aber ich habe gedacht das ist tatsächlich so das projekt was jetzt nicht unbedingt kommen muss bla 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 und ich hatte echt bock und der floh ja auch tatsächlich das war ja nicht nur meine idee auf city car driving und dann muss halt einfach rocket league mal ausfallen wir hatten ja vorher eigentlich eine andere idee jetzt müssen wir müssen noch mehr wird das auch machen du bist voll leise kannst du nicht in den daten ich bin lauter und den du musst fahren aber ich hätte fahren müssen ja das ist mal wie wir wie null eingespielt wir sind warum wir ja so ist gar nicht gewarnt worden mache ich die das sind einfach der Wecker ja ich habe es ich hab dir nicht vertraut tut mir nein Spaß alles gut wie ihr seht habe ich auch neues Auto ich kann nicht du bist gestorben ich kann euch gleich noch mal ein paar andere Autos zeigen die habe ich auch neu also ich habe drei neue Autos und ja die sind ganz cool ich werde auch alter Womm sorry haha sonst kriegst du mich immer weg jetzt spürst du mal die Rache da hat er schon gettinkt der wäre drin gettinkt ja es war sichtlich zu gehen die Ersatz bei der Outplay wird kommt aber was war das nein 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 das sei es das Ding ist ich war war zu schnell ich werde jetzt noch ein anderes Autoglager fahren also ein bisschen Abwechslung muss sein meine Freunde kommen komm 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 ja man ja ja oh da hat schon einer verlassen wenn der Mike so einen Move raus bei uns verlassen sie alle immer ne ja klar sind ganz so gut für die jetzt spielen wir gegen den Bot ich finde das Auto ganz chillig also ist jetzt ok wir haben gewonnen ist jetzt nichts klasse ist der aber gut Autowechsel bis gleich ja das ist jetzt mein zweites Auto hier in pink das habe ich glaube ich noch in grün hellblau grün irgendwie sowas ist das blaue Auto oh cool den habe ich aber echt gut getroffen mein lieben Freunde also man merkt echt dass ich überhaupt nicht eingespielt bin der Flo jetzt auch nicht aber was ich gerade abgezogen habe das war schon cool auf jeden Fall was machst du denn hä was macht er oh du hast ihn tatsächlich geholt hä was was machen die ich hab du machst natürlich mache ich ihn nicht warum bist du vorbeigefahren weil ich zu spät losgefahren bin weil ich nicht wusste was die machen ja die machen gar nichts ja ja ich habe es dann auch gerafft ich wollte gar nicht losfahren weil ich dachte ok den hauen die jetzt weg und dann fahre ich umsonst los und dann kriegen wir ein Tor dann dachte ich ich warte kurz dann sehe ich so die machen nix bin dann doch los gefahren und dann war ich halt zu spät das war mein Problem deswegen bin ich dann auch voll erbärmlich dran vorbei Barz ich habe mich gekillt aber dadurch den Ball weggekickt oh hi da bin ich wieder direkt in euch back in action das ist nicht gut das ist nicht gut und er geht nicht no lol oh hat er die Geräusche jetzt der 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 alles klar ich hätte ihn halt gemacht ja ich ja auch er ist nun die Latte lol wie schlecht ich einfach grad bin ja das ist das Auto der Eis Charger war der gute ne ne die sind schon gut muss man also ich finde sie cool die wollte ich schon immer mal haben die Autos aber ja klar man muss sich erstens dann gewöhnen und zweitens nach eineinhalb Wochen oder so kein Rocket League mehr ist auch heftig da muss man sich auch erstmal dann gewöhnen das ist jetzt unsere zweite Partie die erste habt ihr gerade auch gesehen die wir ja souverän gewonnen haben das ist gerade die zweite die wir vielleicht auch souverän gewinnen wenn du den jetzt machst der geht sogar selber rein wenn er nicht abgewählt hat der der geht jetzt diesmal war ich zu nahe dran aber komm noch mal noch mal heiße das ist ja gerade machen help me komm jetzt in der Mitte der hat mich gehauen in der Mitte noch mal in der Mitte der hat mich gehauen keine Ahnung in der Mitte Alter holt wie der mich hochhaut hast du es gesehen der will dich boxen nein der hat mich Sein teammate hat ihn outplayed sonst hätten wir den Gegendor kassiert komm in der Mitte noch mal oh war der schnell in der Mitte das war dabei ich nicht weiß es war ja oh mein Gott da war übelst gut oh mein Gott alter hast du mich gesehen das war auch krass das war ja in dir drin komm in der Mitte jetzt aber du machst na Scheiße der war noch dran Kacke ich habe ihn nur leicht angeditscht jetzt müssen wir zurück aah die machen den überhaupt nicht gut oh jetzt da ist er der Mike Junge was machst du denn ich mache ein Tor was denn sonst ja ok mach oh nein reicht das Nitro Scheiße oh nein oh nein Mitte 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 Nein ich wollte noch gelassen Mainz ja ja weil du was das letzte Land von uns und er warst du sie an es hatten wir gemacht der eine den wir wollen der anderen in die Wand hier wollte ich noch klar noch ich war zu weit weg schade er ist auch für mich noch nicht leichter zu sagen auch jetzt klaut er ist nicht rum und es klaut er ist nicht rum an Pipi Kaka in meinen Wohl Junge ich war sogar noch dran was machst du denn ich war dran die Wand die Wand die Wanne da sind die Tee mit der Kug das war ein Teil der ich war der an da wird in der Ecke einen neuen dein Ding ja ja so jetzt hat aber komm komm hui ey die glauben die ganze Zeit ist nicht ruhig was gleich komplett aus doch er hat ihn scheiße ich meine ich habe ihn nicht so schön getroffen aber er wäre drin gewesen den hole ich den hole ich easy machst du okay ja krass okay noch mal und jetzt so in die Mitte ne pass auf was die jetzt machen pass auf gar nichts die machen doch das er nein er hat ihn abgewehrt Uka aber Torschusspunkte habe ich bekommen ne das ist das wichtigste die hast du nötig das Ranking zählt mir was war das von mir schon wieder eben ah was war denn das jetzt was mach ich denn lol du hast gerade richtig struggle da hinten ey ne ich raste gleich aus hi I'm back so jetzt jetzt komm jo jetzt ist er da aber hm was wird das ein Tor wird das jetzt komm oh Flur nein oh zum Glück zum Glück Alter oh war der knapp Alter ja ja aber das hat man schon gesehen dass er wahrscheinlich geht ey Junge ich hätte dich so umgebracht weil ich hätte ihn hier safe gemacht nein du hättest ihn nicht gemacht doch ich hätte dich so umgebracht wenn der jetzt nicht rein wäre du wärst so gestorben das war doch klar ich hau alle rein ja hm ich hau alle das ist so unlogisch Alter ich treffe ihn jedes Mal als erster und er kommt immer zu uns Auflage ja ich bin zwar weiter weg aber perfekt du was denn er wäre nicht jetzt reicht doch ich hätte ihn gemacht ja hättest ihn gemacht aber das weiß ich ja nicht du hast vorhin gesagt Auflage deswegen dachte ich es wäre meine Mission und der Grüne der kam auch noch angezischt Alter der hätte ihn vielleicht noch abgewehrt finde ich traurig lieber ein 4-2 Alter das war ich muss ja auch was zeigen hier BATZ komm noch ein Tor noch ein Tor noch ein Tor ja komm 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 ok los 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 nein ah ich lag am Rücken sonst hätte ich noch da hingehen können oder so aber es war halt naja ok dann nochmal eine Runde mit dem dritten und letzten Auto dann habt ihr alle mal gesehen in der ersten Folge so dritte Runde ja deswegen müssen wir eine dritte machen habe ich ja gesagt weil wir haben jetzt bisher 13 Minuten Aufnahmezeit wenn ich dann noch ein bisschen was schneide aber gar ich dachte du fährst was machst du denn ja ich hab grad nix dann machen wir einfach noch ein bisschen schneiden bla 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 dann sind wir wie immer bei 13, 14, 15 Minuten was auch noch lass ihn lass ihn und ich mach was sorry tut mir leid das ist das dritte Auto das ist ähm ja ihr kennt ja sicherlich das Standardfahrzeug den Octane das ist der Octane ZSR fand ich auch ziemlich cool cool wie ich den oh oh ha alter was war das nee das krieg ich nicht dachte ich mach ihn aber finde ich auch ganz schön ich vor allem mit diesem Lack das sieht gar nicht mal schlecht aus danke fürs Weckicken jetzt musst du aufpassen oh der war gas der war gas der war gas mit G mit G das war gas mach oh nein nochmal Vorlage auf mich ja ok das war die Vorlage Vorlage für die Vorlage einfach eins gutes alles man ist nicht gut nicht gut glaube ich mal ich glaube und die nein ich habe ich habe gesagt hat staunt zwar so knapp Mann und das waren ich bin Wunder um folgt glücklich Mann wo ich fast das er hat mich schon wieder klauen hier ich finde sie nicht schlecht also auch wenn sie jetzt nicht Profis sind aber schlechten sie nicht das das Wetter war noch so aber wir haben jetzt echt drei Nunden und nun nun bei einem 3 Prozent drei Runden bisher laufen alle drei nicht schlecht also insgesamt bis jetzt sehr gut bis jetzt ja natürlich jetzt nicht sagen sollen aber habe ich jetzt verliniert Barth war nämlich nicht willkommen zu starten auf heute macht es ein Tor mehr damit ist ein Dom er hat er hat gelacht um ich liegt nicht genau rücken 8 Donk 8 Donk mitte können aber weiß ich war zu freder der geht jetzt auch scheiße ich bin aus dem tor gefahren alter schwede das war jetzt scheiß von mir aber naja passiert das stimmt ich habe nämlich die ballkamera ausgemacht weil ich gedacht habe okay ich gehe zum metro und dann sagst du da kommen und dann was empfehlen ich sag ja wenn ich so ausfahre dann verlieren denn es ist so dass er direkt 0 stecken so dass es ganz von fehl als hätte ich einen schlechten pc nach oben hohohoho ah nein das ist ja noch mal normal passt schon nun mal im kreis fahren auch nicht auch aus war richtig knapp weil ich mich verdrückt das die rei ich wollte selber machen weil ich dachte der geht es leichter so und dann haben wir die grüppelig ich hingeflogen bin ich es am ehemal nun aber uns ich war ja aber wir haben auf jeden fall die ganze ich war ja scheiß ernst warum fährst du nicht drauf du musst immer drauf an wenn jeder vorbeifährt dann kann man die tor machen hohe geht geht er geht er nächste oder das abgeworfen sei es ich wollte ihn klauen ha 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 das ist das ist so ein geiles toll gewesen was soll die er ja wenn ich die klautete auch nein in der Tat wenn ich den geklautete es wäre so und premium gewesen ich wollte leicht ich wollte klauen und dann kann das nur um das war es doch so ein stark hättest du ja macht er ist gar nichts gemacht man ist kein Herz der TK die Leute die TK für die Führung des Gegenseitig Boxen nicht Box dich h er klaut schon wieder er es war jetzt erst mal wenn ich hätte er weiß nicht mehr doch guck mal an oder der Wert der absenlöser der reiste mir noch was ist schub mitgeben ja ja ein jetzt ist jetzt ist sowieso sei jetzt kann man noch mehr scheiße vorhanden als erster gejagt hier die Tore gar nicht immer Was ist das denn für eine bodenlose Unterstellung? Das ist keine bodenlose, Alter, das ist eine Hügel. Eine Hügel. Das ist eine Hügel. Keine Scheiße. Der geht. Natürlich geht der. Der war angeschnipselt. Ja, weil du ihn geklaut hast. Wo denn? Da, guck. Oha. Da will ich mich jetzt beleidigen. So, dann haben wir gewonnen. Nach 19 Minuten Aufnahmezeit einfach drei Spiele gemacht, drei gewonnen. Ja, locker, easy, Leute. Ich würde sagen, das war es mit diesem Part. Lass mich da, wenn es euch gefallen hat, haut rein. Schaltet nächste Mal da wieder rein. Und Challenges, genau, Challenges. Gerne gesehen. Bis dahin. Und ciao, ciao. 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 Outro Bis zum nächsten Mal.